Was machen wir jetzt? Ja, wir können noch weitergehen. Wir haben hier zu den Empfängern. Okay, jetzt ein bisschen Empfängertechnik machen. Wir haben verschiedene Empfängertüten. Hier, ich kippe sie die einfach so rüber. Ich räume mal hier, machen wir mal hier wieder ein bisschen Platz. Also dann haben wir jetzt hier mal normalen, also den Empfängern selber sieht man nicht an, ob sie PPM oder PCM oder sonst was können. Allein man sieht oft an den Empfängern, also an der Kabellänge oder an der Antennenlänge, das ist einer für 35 MHz. Theoretisch müsste die Antenne bei 35 MHz zwei Meter lang sein. Ist natürlich unpraktikabel, hat sich so eingebürgelt, dass man irgendwo so zwischen 80 cm und 1 Meter macht und das intern quasi elektrisch verlängert. Ist aber suboptimal. Also wenn ich wirklich bei 35 MHz haben wollte, müsste die Antenne um die zwei Meter oder 2,18 Meter lang sein. Hat sich aber jetzt so nicht eingebaut. Es stand ja immer drin, bitte nicht kürzen. Woran liegt das? Da wir ja, also wie gesagt, Optimum wäre 2,18 Meter, so plus minus, je nach Kanal. Das kann mal 2,14 Meter sein, wenn ich den einen Kanal habe oder den anderen. Hier habe ich natürlich, diese Länge ist ein Kompromiss zwischen guten Empfang und Unterbringung im Modell, weil wenn ich ein kleines Modell habe und eine lange Antenne, ist natürlich unpraktisch. Und dann hat man sich einen Kompromiss und dann hat man den Empfänger auf diese Länge abgestimmt, mit dieser Antennenlänge. Natürlich, wenn ich es verlängert habe, im Rahmen, sage ich mal so bis 1,40 Meter oder so, also jetzt kann ich sagen, für unsere Empfänger von Meatronik, wenn man die auf 1,40 Meter oder 1,50 Meter verlängert hat, gab es keine Änderung. Okay. War vielleicht sogar noch ein bisschen besser, aber wenn ich es kürzer mache, da wird dann der Empfang, sage ich mal, schon spürbar schlechter. Hat das was mit der Wellenlänge dann zu tun? Nein, allein in dieser Antennenlänge wird ja die Information aus dem Äther, also aus dem Raum, die Funkwellen aufgenommen. Und wenn ich natürlich nur so ein Stück Antenne habe, ist es natürlich wesentlich weniger, was die Antenne aufnehmen kann. Das stimmt. Also wenn ich jetzt die Antenne auf dieses Stückchen gekürzt hätte, hätte ich natürlich, jetzt sage ich mal, ins Grobe, bitte mich nicht mathematisch festnageln, hätte ich natürlich nur 20 Prozent empfangen können. Oder hätte im Umkehrschluss nur 20 Prozent Reichweite. Okay. Ungefähr. Okay. Und deswegen sollte man die Antenne so lassen, wie sie vom Hersteller empfohlen worden ist. Anders ist es jetzt zum Beispiel bei, gerade jetzt mal bei 2,4 MHz, da haben wir jetzt die Antennenlänge, da ist die optimale Antennenlänge, egal ob jetzt der Atonikempfänger oder der Spektrumempfänger, um die 30 Millimeter. Mhm. Also bei 2,4, also 2400 MHz, entspricht die optimale Antennenlänge um die 30 Millimeter. Bei 35 MHz wäre es über 2 Meter gewesen. Also da bin ich schon am Optimum, sage ich mal. Und ja, das ist halt durch die Frequenz abhängig. Hätte ich jetzt eine andere Frequenz, mal wegen 5 Gigahertz oder so, dann wäre die Antenne nur noch einen guten Zentimeter lang. Mhm. Also das ist doch Frequenz abhängig? Ja. Also die Wellenlänge? Die Wellenlänge, ja. Also die Antennenlänge selber errechnet sich im Prinzip daraus Lichtgeschwindigkeit, also 300.000 Kilometer pro Sekunde, geteilt durch die Frequenz und davon ein Viertel. Ah, okay. Also das ist dann quasi die Wellenlänge. Genau. Also wenn wir jetzt 300.000 Kilometer pro Sekunde nehmen, geteilt durch 35 Millionen, also 35 MHz, dann kommen wir irgendwann so bei, ich weiß jetzt nicht, 15 Meter, kriegen sowas raus. Ne, weniger. Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall und dann ein Viertel davon. Zwölf. Ja. Ja, schön. Und jetzt haben wir hier verschiedene Empfänger bei uns jetzt hier vorne liegen. Also die sind jetzt quasi so typische 35er. 35 oder auch 40, 27, 35, 40 MHz. Aber nach der Berechnung durften die sich gar nicht in der Länge groß... Ne, die wurden halt dann bei 27 MHz war halt die Antennenlänge, weiß ich nicht, 4 Meter oder wer da optimal gewesen. Aber man hat es dann so hingebogen, dass man irgendwo bei 80 Zentimeter ein Meter ungefähr ist. Weil das alles auch praktikabel ist. Weil alles andere kriege ich in einem Modellflugzeug nicht sinnvoll unter. Also jetzt haben wir zum Beispiel hier auch eine Antenne. Ja, das ist auch. 2,4. 2,4. Wobei da auch die letzten, das sind auch die ungefähr 3 Zentimeter, das ist das gleiche wie hier. Ja. Oder wie bei Spektrum, das gleiche wie hier. Da ist noch ein Teil im Gehäuse drin, deswegen guckt da nicht ganz so viel raus. Aber es entspricht hier und hier im Wesentlichen das gleiche. Also weil die Physik ist bei Spektrum wie bei Weatronik gleich. Also die Wellenlänge ist da die gleiche. Da können wir nichts neu erfinden oder sonst was. Ich glaube bei Hightech habe ich was gesehen, die haben hier unten noch so einen Bubbel dran. Ja. Was ist das? Also so ein längliches Teil. Also hier die Antenne selber, das ist hier ein abgeschirmtes Kabel und das hier ist die eigentliche Antenne. Und die haben die Abschirmung quasi hier umgestülpt, auch auf 30 Millimeter. Dann habe ich nämlich einen schönen Dipol heißt das. Also ich habe hier eine Hälfte der Antenne und hier die andere Hälfte der Antenne. Also eine Art Masse? Ja, so kann man es sagen. Also das Gegengewicht und so weiter. Ist hier bei Spektrum ist es ein bisschen anders. Die haben hier kein abgeschirmtes Kabel, sondern die haben nur das innere Kabel. Ja. Und das was hier das Gegengewicht ist, ist das andere Stück Draht. Ach so, also keine zwei Antennen? Nein, eigentlich ist es eine Antenne. Ah, okay. Also das ist die Antenne und der Gegenpol quasi dazu. Hier bei dieser Antenne oder auch bei diesem, das ist ein abgeschirmtes Kabel, ist das die Antenne und die Abschirmung ist der Gegenpol. Wenn ich jetzt, wie du sagst, bei Hightech nur hier so den Gegenpol genau auf 30 Zentimeter mache, dann kriege ich da noch ein bisschen Gewinn raus. Also habe ich einen besseren Empfang. Ah, okay. Also das richtet sich gut. Genau. Es ist ja so, ich habe ja bei einer Antenne, also wenn ich jetzt eine Sendeantenne habe oder auch eine Empfangsantenne, habe ich in axialer Richtung, also in der Verlängerung dieser, habe ich immer ein Minimum. Und ich habe rundherum, habe ich eigentlich einen guten Empfang. Das ist so ein Donut. Das sieht aus wie so ein Donut. Ja. Oder wie so ein Apfel, wo der Stiel und das Ende so nach innen gehen, wo ich quasi empfange. Also ein Kreisrotationskörper. Genau so was, ja. Habe ich das. Und wenn ich jetzt hier noch den Gegenpol, also den Gegengewicht mache, dann habe ich den Empfang in die Kugel außenrum besser, aber hier in die Richtung habe ich natürlich noch schwächer. Ah, okay. Also es gibt leider auch in der Physik kein Vorteil ohne Nachteil. Ja, aber sagen wir mal so, der Nachteil wird hier durch die Antennenstelle. Das sind hier zwei Antennen wieder aufgehoben, ne? Genau. Das hat sich ja, hatten wir ja schon auch zu 35 MHz Zeiten, hat man dann versucht, Stichwort Diversity, mit zwei Antennen. Auch bei uns mit Duo Receiver, wir hatten ja zwei komplette Empfänger drin, mit zwei kompletten Empfangseinheiten. Da habe ich es gekürzt. Ja. Also hier ist es noch lange auf. Ja. Oder bei ACT hat man, die haben es so gemacht, man hat zwei Empfänger genommen und die mit dem Kabel gekoppelt. Dann hat man auch zwei Empfangsteile gehabt. Da gab es verschiedene Systeme auf dem Markt. Mhm. Und die Antennen hat man dann geometrisch anders orientiert. Die eine zum Beispiel nach oben und die andere im rechten Winkel zum Flügel raus oder im Rumpf nach hinten. Ja. Also jetzt gerade, ich zeige jetzt nur mal bei unserem 2,4er, weil das einfacher zu zeigen ist, wie mit zwei Meter lang. Wenn ich die zwei Antennen so im Modell einbauen würde, beide so parallel. Dann wäre es... Jetzt die gleiche Wirkung, ne? Genau. Dann könnte ich auch bloß eine nehmen. Ja. Die wäre sogar noch besser, weil die Antenne... Die hat dann noch... Die Antenne hier... Ja. Die würde den Empfang der Antenne in diese Richtung stören. Also da wäre eine besser. Deswegen, wenn dann macht man die eine so in die Richtung, dass ich irgendwo einen 90 Grad Winkel habe. Oder so einen 90 Grad Winkel oder... Ich sage immer, ich empfehle immer die Antennenverlegung so, dass man, egal wie das Modell liegt, eine von den beiden Antennen sieht. Ah, ok. Logisch. Weil, ok, da kommt jetzt... Ne, ist ins Brücke. Ja, verstehe ich. Alles gut. Da kommt jetzt nochmal...